So, moin moin und willkommen zurück zu The Deadly Tower of Monsters. Zum letzten Teil, wir holen die letzten beiden Trophäen. Ich bin gerade dabei die ganzen Zielscheiben durchzugehen. Da links seht ihr eine, die mir noch fehlt. Wir sind hier beim Traktorstrahl, ich glaube Ebene 25 irgendwie so in dem Dreh. Und die da links auf diesem Rohr, falls ihr sie seht, die muss ich auf jeden Fall noch sammeln. Ihr seht es aber vielleicht auch, ich bin gleich tot. Deswegen will ich mal versuchen, ob ich das hinkriege. Oh, komm. So, 23 von 25. Huiuiui, das war knapp. Okay, dann reise ich da jetzt erstmal wieder hin. Traktorstrahl, ach 25 sage ich hier, 40 ist es. 40 sind wir schon. Und ich suche dann mal die nächsten, die mir so fehlen. So, da war ich ein bisschen voreilig. Ich habe jetzt einfach mal blind drauf losgeschossen und habe tatsächlich hier noch Zielscheibe 24 von 25 erwischt. Und zwar ist das hier nach dem Traktorstrahl. Da, wo ich jetzt hier hinziele, da oben. Ich habe gerade wirklich nur, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe einfach blind drauf losgefeuert, weil der Guide gesagt hat, da könnte eine sein. Und tatsächlich hatte ich die noch nicht. Also, hier oben ist eine. Ich zeige euch nochmal genau, wo ich hier bin. Das ist die nächste, der nächste Checkpoint. Und zwar ist das der hier. Er heißt, ähm... Lagerbereich der Station. Und da war tatsächlich auch noch eine. Die ist echt tricky. Die habe ich wirklich nicht gesehen. So, müsst ihr da hier so ein bisschen blind einfach zwischen diesen Pfeilen abfeuern. Dann kriegt ihr sie. So, jetzt fehlt mir noch eine. Ich bin mal gespannt, wo die sich versteckt. So, ich habe eine Vermutung, wo die letzte sein könnte. Die Welt des Gravorian betreten. Gravorian, whatever. Da könnte sie sein. Die ist nämlich ein bisschen tricky. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die habe oder nicht. Die ist irgendwo hier so ein bisschen versteckt mit dieser Plattform hier in dem Zusammenhang. Kann aber auch sein, dass ich sie jetzt schon übersehen habe. Ist sie da in der Mitte gewesen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss gleich vielleicht nochmal in den Guide gucken. Aber ich meine irgendwo hier müsste es eine geben, die mir überhaupt nichts sagt. Vielleicht habe ich sie aber auch schon gesammelt. Will ich nicht ausschließen. Ich habe da echt keinen Überblick, muss ich gestehen. Was ich jetzt schon gesammelt habe an diesen Zielscheiben und was nicht. Da unten sah irgendwie was aus wie eine Zielscheibe. Ich bin mir echt nicht sicher. Okay, ich muss doch nochmal gerade gucken. Das scheint es nicht zu sein hier. Okay, also der war es nicht. Den habe ich definitiv schon. Jetzt bin ich hier... Wie nennt es sich? Irgendwas mit Treppenhaus. Grund des Treppenhauses. Level 40. Da soll auch noch eine sein, die ziemlich tricky ist. Mal gucken, ob ich... Ob das vielleicht meine letzte ist. Die soll irgendwo hier unten sein. Da ist sie tatsächlich. Oh, unfassbar. Die ist ja echt fies, ey. Die ist echt fies. Okay, also gut. Dann wird das wahrscheinlich auch eure letzte sein. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Guck mal. Was haben wir denn da noch? Wie komme ich denn da hin? Okay. Ja. Mal gucken. Habe ich das denn nicht mitgenommen? Unfassbar. Ähm, gut. Okay, dann fehlt mir noch eine Trophäe. Das mit dem verschollenen Affen. Und da gucke ich mir jetzt auch mal schnell an, wie und wo das funktioniert. Und dann bin ich gleich wieder hier zurück. So. Also, kleine Insel heißt die Trophäe. Ich finde den verschollenen Affen. Und da schauen wir jetzt mal. Dass wir das gerade noch hinkriegen, sollte nicht so das Problem sein. Und dann haben wir nämlich auch die Platin-Trophäe. Äh, ich glaube hier ist es. Nee, das sieht falsch aus. Habe ich mich jetzt verguckt, verdammt. Dann muss ich gleich nochmal nachgucken. Ähm, okay. Ich muss nochmal nachgucken. Ich habe mich tatsächlich verguckt. Also, nicht 18, sondern 38 ist es gewesen. Ähm, da die Raumstation betreten. Da müssen wir hin. Und dann müssen wir einmal... Ich glaube hier runter. Und da unter den Wolken, da wo gerade das Geisterschiff langfährt, da gibt es eine kleine Insel mit einem kleinen Affen drauf. Und zwar da rechts die ganz äußerste. Wäre jetzt auch nochmal ein guter Zeitpunkt, um auf dem Geisterschiff zu landen. Da müsste er für eine Trophäe auch hin. Und zwar diesen, äh, Kapitän erreichen. Das hätte man jetzt an dieser Stelle zum Beispiel auch machen können. Na, ich glaube, die werde ich nicht erreichen. Da, diese Insel da, die ist rote. Aber ich bin tatsächlich nicht weit genug. Okay, wir müssen das gerade nochmal machen. Ich springe mal ein bisschen weiter von hier ab. Okay, wir müssen das gerade machen. Hier ist echt ein bisschen tricky zu erreichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde sie, glaube ich, schon wieder nicht treffen. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird knapp. Hi. Kleine Insel. Große Erwartungen. Große Trophäe vor allen Dingen. Wäscheleine. Platin-Trophäe in The Deadly Tower of Monsters. So, danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns vielleicht in einem meiner hunderttausend anderen Let's Plays wieder. Also, bis dennne. Adios, Katos. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns.